Norddeutscher Rundfunk 2021 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 Heute hat man Bastian und mir mal ein Boot alleine gegeben. Vor zehn Minuten hab ich ein Heidelboot gefangen, jetzt ist Bastian im Clinch. Mal gucken, was er da rauszieht. Wie weit haben wir denn noch? Ah, keine. 20 Meter. 20? Ja. Ja, es ist ein Heidelboot, aber ein kleiner. Oh ja. Mal gucken, ob ich ihn... Jawohl! Jawohl!